Am Beginn des Advents schaut die Liturgie voller Erwartung auf den wiederkommenden Herrn. Dieses sehnsuchtsvolle Ausschauhalten schließt uns als Gemeinschaft des Glaubens zusammen und stärkt uns auf unserem oft bedrohten und angefochtenen Weg. So kommen wir mit allem, was uns am Herzen liegt, zu Jesus Christus und vertrauen ihm unsere Sehnsucht nach Heil, unsere Hoffnungen und unsere Fragen an. In Psalm 27 finden wir Bilder, die uns darin bestärken. Der Herr ist mein Licht, mein Heil und die Kraft meines Lebens. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen. Hoffe auf den Herrn und sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Nur eines, Herr, bitte ich vom Herrn. Danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens. Die Freundlichkeit des Lebens. Die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. leavet nicht Database des Herrn, undヒalbl. A aí Zeige mir, Herr, deinen Weg. Leite mich auf hohebener Bahn, trotz meiner Feinde. Ich aber bin gewiss, zu schauen, die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark, abweseln Mut und hoffe auf jeden Herrn. Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser, voll Vertrauen bitten wir, Herr schenke uns dein Heil. Wir beten für alle, die in christlichen Hilfsorganisationen den Notleidenden beistehen, um Kraft und Geduld in ihren Aufgaben. Herr, schenke uns dein Heil. Für alle, die auf der Flucht sind vor Krieg, Hass und Gewalt in ihren Heimatländern, um Geborgenheit und Frieden. Herr, schenke uns dein Heil. Für alle, die in ihren Sorgen und Nöten keinen Ausweg sehen, um Menschen, die ihnen Mut und Hoffnung geben. Herr, schenke uns dein Heil. Wir beten für die Mütter, die ihre Kinder allein erzielen müssen, um die Kraft der Liebe, die sie auch über Enttäuschungen hinweg trägt. Herr, schenke uns dein Heil. Gott, du kommst zu uns und segnest uns in deinem Sohn. Dein Ruf wecke uns, damit wir aufstehen und dich erwarten. Dein Heil komme zu uns, damit wir dein Reich finden. Dein Licht erleuchte uns, damit wir nicht im Dunkel leben. Amen. 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 Amen.